Wenn ich jetzt, guck mal, ich nehme jetzt so ein 16-Bit auf und hier habe ich 24-Bit, muss ich jetzt das dringend erinnern? Wie ist denn das? Theorie, du kennst dich da aus damit. Du kennst dich doch mal zum Quatsch. 24, 32, 16. Du bist ja hier, weil du bist in 16, oder? Hm? Ach, scheiße. Hier, dann sieht ja auch wirklich aus wie so ein... Ja, du bist beim Milch noch. Ja, das ist so. Hier ordentlich abzuchillen, wollte mir noch ein Milch. Danke. Na dann, let's go. Ich muss so ein bisschen so, schon vorher so hingellst du. Sag Bescheid. Na los. Da. Und da. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020